In der Friedrichstraße in Westerland hat sich an zwei sehr bekannten Häusern Grundlegendes geändert. Das Modehaus Hellner erstrahlt seit Juli innen und außen im neuen Outfit, das Gebäude wurde grundlegend saniert und renoviert. Das Thema Sylt wurde auch an der äußeren Fassade sehr ideenreich und stylisch umgesetzt und ist nun ein echter Blickfang in der Friedrichstraße geworden. Seit 1903 gehört das Haus Seeburg zu den bekanntesten Häusern in der Insel Metropole. Früher als Nobelhotel genutzt, später als Ferienresidenz wird das Haus momentan ebenfalls komplett saniert. In der oberen Etage werden so wie vorher auch moderne Ferienwohnungen bald neue Gäste empfangen. Nur rund 100 Meter vom Strand entfernt ist die Lage der Seeburg top. Mit der neuen Fassade und den Balkonen sieht das Haus Seeburg nun wieder aus wie vor 100 Jahren. Im unteren Bereich zieht die Galerie Menzing und ein gastronomischer Betrieb ein.